So, ich habe hier gerade mal Radio Kuba angegriffen, 15.230. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Australien oder Kuba und da die aber so eher kubanische Musik spielen und Spanisch sprechen, gehe ich mal davon aus, dass es Radio Kuba ist in Havanna. Jetzt will ich noch mal die Pole drehen, ob das was bringt. Äh, an der Loop Antenne drehen. Das ist gleich am Anfang, da ist es besser, wie irgendwo. So, ich glaube, das ist besser, wie irgendwo. So, da kann ich noch nicht sehen, dass ich ihn going to check for. Ich habe auch schon gerade mit dem Sony probiert, das wird aber auch nicht besser. 15.002 kmh, 230 kmh, ja. Zynk. 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 Zynk.